Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eis-Themen des Partners Holy. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosen-Schleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen. Bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Hochmann, es geht um die Bestellung von Erythron Aktiv für die Potenz. Haben Sie sowas bestellt? Ja, hier ist Kurt Naser. Ich bin der stärkste Mann in der Stadt. Ich brauche das. Okay, okay, sehr gut. Also, sagen Sie mal bitte, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf, Herr Naser? Ich bin 33 und ich komme mit Aufträgen nicht mehr hinterher. Ich brauche ein bisschen Aufputzschmittel. Verstehst du das? Ja, möchten Sie also die Erektion stärken, ne? Ja, ja, öfter, länger, härter, stärker, alles. Genau. Geht das? Also, dann, das geht. In diesem Fall, das wird für Sie am besten passend sein. Geil. Der Produkt ist hundertprozentig natürlich. Das hat keine Chemie da drin, deswegen gibt es auch keine Nebenwirkungen. Was hat es nicht drin? Ich habe es nicht verstanden. Keine Chemikalen. Keine Chemikalen? Kann das denn dann funktionieren? Das ist auf pflanzliche Basis. Ah, auf schwanzlicher Basis? Ja, das ist gut. Pflanzliche Basis, genau. Äh, deswegen hat das keine Nebenwirkungen, ne? Das ist gut, oder? Das ist schädlich, genau. Und das Produkt, äh, verbessert die Funktion von Prostata, wodurch die Durchblutung im Genitalbereich normalisiert wird. Dadurch wird die Erektion gestärkt und die Ausdauer von sechs bis zu 15, 20 Minuten verlängert. Da muss man zweimal täglich einnehmen, zwei Kapseln zum Mittag und eine Kapsel am Abend immer nach dem Essen. Aha. Äh, wenn Sie auch andere Medikamente einnehmen, Sie dürfen damit kombinieren. Das macht nichts aus, weil unser Produkt rein pflanzlich ist. Ah, aber andere pflanzliche Sachen kann ich auch nehmen, oder? Können Sie gerne machen. Also, das ist absolut unschädlich. Sie dürfen das kombinieren, wie ich schon gesagt habe. Ah, das ist also mit allem, weil ich habe so ein paar, so ein paar Sachen, die ich noch nehmen muss. Nicht, dass dann, keine Ahnung, mir statt, statt dem Ding, die Nasenhaare wachsen oder sowas. Hahaha. Also, Sie dürfen das kombinieren. Das ist gut. Das ist die einzige Zwischenzeit zwischen der Einnahme muss eine Stunde sein. Also, wenn ich zwei Stück nehme, darf ich die dann zusammennehmen, oder muss ich erst eine nehmen, eine Stunde warten und dann weitermachen? Nee, also unser Produkt können Sie auf einmal nehmen, Ihre Appetitamente in einer Stunde können Sie einnehmen, das meine ich. Eine Stunde, also so vorher auflösen, oder was ist das? Die Zwischenzeit, die Zwischenzeit, zwischen der Einnahme von unseren Produkten, Ihre Medikamente, was Sie jetzt einnehmen, muss eine Stunde sein. Das ist gut, Kurt Masa freut sich darüber. Genau, wenn Sie unser Produkt einnehmen, dann in einer Stunde können Sie schon Ihre Medikamente einnehmen, das meine ich. Das finde ich richtig klasse. Das ist gut, und ist das Tablette oder Tropfen oder zu einmassieren auf der Nudel, oder wie funktioniert das? Das sind Kapseln. Also für, für, für Rektal, oder was? Zäpfchen. Zum Einnehmen. Okay. Also mit Gleitgel dann, ja? Ha? Ha? Für, wie, wie Zäpfchen? Für, für Popo. Das sind, unser Produkt, ist in Form der Kapsel. Also muss man das in Popo reinmachen, ja? Das muss man einnehmen. Essen oder trinken, oder? Essen. Essen, ihr sagt das doch, ihr habt es dreimal gefragt. Okay, also am Morgen zwei Stück, ne, zum Mittag zwei Stück, ne? Also zum Mittag zwei Stück am Abend ein. Und funktioniert das dann auch morgens oder nicht? Oder kann ich dann nur abends? Können Sie auch morgens einnehmen, das ist kein Problem. Ne, die Funktion, weißt du, wenn ich Mittag und am Abend nehme, habe ich dann auch Funktion am Morgen, oder was? Ja, natürlich, weil die Komponente sich da abspeichern werden. Ah, das wird zwischengespeichert. Im Rahmen oder auf der Festplatte selber? Also im Körper. Gut. Die meisten Kunden, die habe ich morgens, bevor die zur Arbeit gehen, weil so gerade am Montag. Montag ist immer der schlimmste Tag zum Arbeiten und manche bestellen sich dann den, den lieben Kurt Nasser vorher. Okay. Aber manchmal halt auch drei, vier hintereinander, das ist das Problem. Habe ich verstanden. Das hoffe ich. Es ist empfohlen, dieses Produkt vier bis sechs Wochen lang einzunehmen. Aha. Einmalig, damit sie die Erektion völlig in Ordnung bringen, die Ausdaufe von Sex verlängern und danach, wenn sie langfristigen Effekt haben. Und wann beginnt es zu wirken, wenn ich jetzt sechs Wochen nehmen muss, ist es dann erst nach sechs Wochen, oder? Das wird schon, ja, das wird schon, ja, ab ersten, zweiten Tag beginnen, das wird schon ab ersten, zweiten Tag beginnt zu funktionieren. Was hier wichtig ist, das ist die Vorlage für sechs Wochen, also da werden sich die Komponente abspeichern, das heißt, das heilt. Und danach werden sie langfristig diesen Effekt haben. Deswegen brauchen sie nicht das immer einzunehmen. Das ist klasse, da freue ich mich ja richtig. Genau. Und da, eine Dose enthält bei uns momentan 30 Kapseln, die ist quasi für zehn Tage gedacht. Die Volochor für sechs Wochen, da besteht aus momentan vier Dosen, aber sie bezahlen heute nur drei davon mit 50% Rabatt und eine Dose, dazu ist gratis als Unterstützung von der Firma. Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Unsere nebenbei gerade noch ein bisschen Arbeit, weißt du, der Arbeitspulli sitzt ziemlich eng. Sogar eine Packung hat 30 Kapseln, das reicht für zehn Tage aus. Aha. Die Volochor für sechs Wochen, also für 40 Tage, das sind vier Packungen gedacht, aber sie bezahlen heute nur drei Packungen mit 50% Rabatt und eine Packung dazu ist gratis als Unterstützung von der Firma. Ah, das ist ja gutes Support. Genau, das volle Programm, da sind da vier Dosen für sechs Wochen, kostet momentan, also vier Packungen kosten 120 Euro mit kostenlose Lieferung bis vor die Tür. Bis wohin? Bis vor die Tür, bis vor ihre Tür. Achso. Nach Hause wird das gebracht. Nach Hause bringen, also muss ich nicht zur Apotheke gehen. Das, nee, das wird mit dem Kulierdienst DHL nach Hause gebracht. Das ist gut, bis nach Hause. Aber hier ist eine neutrale Verpackung, oder? Das ist, das ist ganz neutral, auf dem Paket steht nur ihr Name und ihre Adresse. Ja gut, sonst kommt das Paket ja auch nicht an, aber da steht jetzt nicht irgendwie Viagra drauf oder so. Nee, 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 da steht das nicht. Gut, gut. Genau, wenn das Paket ankommt, da zahlen sie direkt dem Lieferanten 120 Euro. Wenn sie nicht zu Hause sind, wenn sie auf Arbeit sind, das Paket wird in die Postfiliale gebracht, da werden sie informiert. In diesem Fall holen sie das Paket von der Post ab, da zahlen sie direkt dann bei der Postfiliale. Ah, also ist mit, wie sagt man, Nachname heißt das, ne? Wenn das bei einem Paket man direkt bezahlen. Das ist gut, das ist gut, dann muss ich da nicht groß mit, dann steht nicht bei meinem Konto Viagra drauf. Okay. Ist es besser wie Viagra oder funktioniert es genauso? Das ist besser als Viagra und das ist auch absolut unschädlich im Vergleich zu Viagra. Aber trotzdem mit gleicher Wirkung, ja? Das ist noch besser. Das ist noch besser in der Wirkung als Viagra? In der Wirkung, genau. Das ist ja geil, warte mal, bis Pfizer das hört, ha ha ha. Und das ist ja viel günstiger dann bei euch, ne? Weil ich habe neulich mal geguckt, was die Tabletten kosten bei Apotheken, da kannst du ja Kredit aufnehmen. Bei uns ist das viel günstiger. Apotheker wird auch ihre Kommission haben, deswegen bei Apotheken ist das viel teurer. Ja, ja, das ist gute Preise. Genau, das volle Programm kostet 120 Euro, das sind vier Parkungen. Vier Parkungen. Gibt es irgendwie noch Rabatt, wenn man mehr nimmt oder so? Wenn Sie mehr nehmen, wenn Sie mehr nehmen, da gibt es noch zusätzlichen Rabatt. Zum Beispiel, wenn Sie 10 nehmen, da kostet Ihnen, da kostet Ihnen, hier zahlen Sie 30 Euro pro Packung. Wenn Sie 10 nehmen, da zahlen Sie 22 Euro pro Packung. Wenn Sie 10 nehmen, da kostet 220 Euro. Oh, das ist, das ist gar nicht schlecht. Das hört sich nach, nach guter Preis an. Das Produkt ist mehr als drei Jahre gültig. Da können Sie einfach in der Zimmer Temperatur behalten und später immer noch verwenden. Ach so, ist drei Jahre haltbar, ja? Ja, genau. Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Warte, ich hole mal eben den Taschenrechner raus. Ich denke, wir sind meistens mit was anderem. Da ist es mit Zahlen nicht so gut. So, jetzt nochmal, das sind dann 10 Packungen mit 30 Stück, ja? Genau. 10 Packungen. Oh, jetzt habe ich den Rechner wieder weggeklickt. 10 Packungen mal 30 Stück. Heißt, ich habe dann 300, ja? Genau. Und dann soll ich ja jeden Tag drei davon essen, ja? Genau. Dann reicht das für 100 Tage. Und was kosten die 10 Dinge? 220 Euro. Das ist doch geil, ne? Das ist doch gut. Es ist dann ein Preis von 45 Cent pro wegstecken. Ich finde, das ist ein guter Preis. Das ist das beste Angebot. Also einmal im Jahr, Ende des Jahres, da machen wir solche Angebote. Ah, das ist wegen Weihnachten? Genau. Okay, okay. Und was ist, wenn ich zweimal 10 Stück nehme, geht das? Oder das reicht ja nur für 100 Tage? Wenn die drei Jahre haltbar sind, dann kann ich mir ja einen Vorrat anlegen. Wenn die Zombies kommen, muss ich auch noch Spaß haben. Genau. Wenn sie zweimal das nehmen, dann kostet ja 440 Euro. Ja, ist okay, ne? Muss ein bisschen Spaß haben. Genau. Geile Sache. Von wo kommt das Parkett? Also da haben wir, wir sind in Deutschland, da haben wir einige Lager in Deutschland, welche zu Ihnen im Nähe ist, da wird das davon mit dem Kurier, den DHL, gebracht. Also das Parkett kommt nicht irgendwie aus China oder Russland oder so? Ne, 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 ne. Ist es deutscher Lager, deutsche Firma? Deutsche Lager, deutsche Firma und DHL. Ja, so deutsche Post sozusagen. Und DHL bringt das, ja? DHL bringt das. Das ist eine geile Sache, da freue ich mich drauf. Wann kommt das denn? Die Lieferung dauert drei bis vier Arbeitstage. Schon diese Woche wird das kommen. Schafft ihr das noch vor Weihnachten? Weil das ist ja das Fest der Liebe und da geht es richtig ab, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich verstehe. Also da wird die Lieferung, also drei, vier Arbeitstage spätestens, schon diese Woche wird das kommen. Ja, gut, ja, heute ist ja erst Montag, guck mal. Jetzt weiß ich, warum ich heute Morgen so viele Klienten angerufen habe und die waren alle Montagsfrust. Aber ich habe das Wochenende schon so viel Spaß gehabt, dass ich völlig aus der Puste bin. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich muss mir hier so ein bisschen Eretron, das hört sich an wie so ein Transformer, weißt du? Aha. Ist gut, ne? Ja. Was muss ich denn sonst noch so wissen? Wie lange ist er dann hart? Wie lange was? Wie lange ist er hart? Hart? Hart. Hart. Was heißt das? Wie lange steht er? Ah. Meinen Sie die Dauer? Ja, ja, klar. Also das ist abhängig vom Körper, vom Alter, ja. Einige sagen 30 Minuten, einige sagen eine Stunde, zwei Stunden, das ist, äh, jeder Körper ist ganz verschieden. Aha, gut. Mensch, ich lese gerade die Bewertungen, Mensch, eure Produkte sind ja so toll, dass sich da Leute mit einem Passfoto auf eurer Seite für das Produkt einsetzen. Das muss ich unbedingt auch machen, weißt du? Wenn das richtig gut geholfen hat, dann soll ich die ganze Welt wissen, dass ich dank Eretron wieder richtig gut dabei bin. Natürlich, ja, wenn sie schon gute Ergebnisse erreicht haben. Sollen wir, äh, wir können ja deal machen, weißt du, ich schreibe richtig gute Review für euch und du gibst mir noch Bonus. Können wir machen? Also, können wir machen, können wir machen. Ja, was für ein Bonus kann ich bekommen? Ich mache ein Video für euch. Also, wir können so machen, also ich kann, ich habe schon Ihnen das beste Angebot gemacht. Aha. Sie probieren jetzt das Produkt, wenn Sie schon gute, äh, Ergebnisse erreicht haben, da rufen Sie uns an, ja, ich gebe Ihnen noch besseres Angebot. Und Sie können dann, ja, dann auf der Webseite dann Ihre Meinung geschrieben und wie das ein tolles Mittel ist. Ich finde das geil, hier schreibt hier ein Typ, der heißt Hans und ist 54 Jahre alt mit so einem geilen Stockfoto. Der hat ja geschrieben, weißt du, und deswegen habe ich mich angemeldet. Ich habe Probleme mit der Potenz mit dem Alter bekommen. Zuerst verschwand die Morgenerektion, danach bekam ich Erektion nicht mehr so oft wie früher. Ich dachte, das Problem liegt bei meiner Frau. Schon sehr, sehr lange sind wir zusammen. Es gab keine Leidenschaft mehr. Ich habe eine junge Liebhaberin getroffen. Es ging aber mit ihr auch nicht so gut, wie sie es sich gewünscht hatte. Am Ende waren sie beide nicht zufrieden. Ich hatte Angst, dass ich beide verlieren würde. Mich hat ein Kumpel gerettet, der eine Erdrundkapseln empfohlen hat. Jetzt ist alles in Ordnung, ich habe einen Ständer wie in der Jugend. Sowohl meine Frau als auch meine Liebhaberin sind zufrieden geworden. Wer hat das geschrieben, verdammt? Wer hat das geschrieben, meinen Sie? Ja, das ist auf Eurer Internetseite. Von Hans hat das geschrieben. Hans, Erich und Elsa. So richtig Allmann-Namen habt ihr genommen. Kunden. Ja, deswegen. Ich will auch schreiben dann. Wenn du mir einen guten Deal gibst, dann kannst du Kurt Nase, der stärkste Mann in der Stadt, schreiben. Und dann schicke ich dir auch ein Bild von meinem Willi. Okay, wie ich schon gesagt habe, zuerst müssen Sie das ausprobieren. Ja, da werden Sie gute Ergebnisse erreichen, da rufen Sie uns an. Ich mache Ihnen noch ein besseres Angebot. Ja, da können Sie dann schreiben. Ich meine, der andere Typ, der ist ja auch crazy. Hier, Erich, Alter, der sieht so aus wie einer, der im Gebüsch darauf wartet, dass die Kinder aus dem Bus aussteigen. Der hat geschrieben, im Allgemeinen war bei mir alles in Ordnung. Aber wenn ich ein Kondom angezogen hatte, verschwand die Erektion sofort. Aber ohne Kondom ist es irgendwie gruselig. Kannst du eine Krankheit kriegen? Und wenn ich Alkohol trank, gab es schon nichts zu sagen. Was zum Teufel? Aber was für ein Date ist es, wenn ohne Wein und Champagner? Frauen mögen doch Romantik. Ich beschloss, etwas im Internet zu suchen. Ich fand Eretron aktiv. Mir gefiel, dass es auf einer natürlichen Basis getan ist. Jetzt funktioniert alles ohne Fehler. Und sogar dauert Piep länger. Meine Partnerinnen sind begeistert. Weißt du, ihr habt so urdeutsche Gesichter, urdeutsche Namen. Aber das ist doch geschrieben von irgendeinem einäugigen Kamel, oder was? Ich weiß nicht. Also das schreiben die Kunden von uns, die schon das ausprobiert haben. Wir haben die Kunden, die sogar 85, 80 Jahre alt sind. Sie sind auch davon sehr begeistert. Das ist doch klasse. Und da unten ist noch ein, die Elsa hat ja auch was geschrieben, ne? Bei eurer Seite. Diese Frau. Ich finde, sie hat sehr schöne Gesichter. Kannst du ihr meine E-Mail-Adresse geben? Also wir können, wir haben Datenschutz. Wir können das nicht machen. Ne, dass du mir ihre nicht geben kannst, aber du gibst Elsa meine E-Mail-Adressen. Sagst du, ich habe ein gutes Angebot, auch für sie. Vielleicht können wir sprechen. Okay. Oder geht nicht? Also leider können wir nicht machen. Ah. Weil, wie ich schon gesagt habe, wir haben Datenschutz. Das ist ein lauter Regeln von unserer Firma. Das können wir einfach nicht machen. Ah, schade. Mensch, hättest du ein bisschen Date-Doktor spielen können, auch so. Allein auf pflanzlicher Ebene natürlich. Mhm. Habt ihr auch noch so andere Sachen, so, so Aphrodisiakum und so? Ne, sowas haben wir nicht. Ihr habt nur Erythron aktiv. Genau, wir haben Erythron aktiv, äh, für die Potenz. Das ist doch geil. Das ist auch für die Potenz. Also, was machen wir jetzt, äh, Herr Nase? Also, welches Angebot möchten Sie da nehmen? Ne, ich nehme die 10 Stück. Ne, mit großem Paket, weil das große Paket kostet ja auch mehr Kohle und so. Genau. Und dann, äh, für die Zustellung, da brauche ich von Ihnen nur die Zulieferadresse. Ja, also was zu schreiben, Kollege? Ja, sagen Sie bitte die Postleitzahl. 91448 Emskirchen. Ja. Und die Straße? Das ist Altschauerberg, das ist ein Wort. Ja. Nummer 8. Altschauerberg Nummer 8 in Emskirchen. Genau, Mädel, Leute. Genau, und, äh, geht an Kurt Nase. Das geht an Kurt Nase, den stärksten Mann in der Stadt. Grüße gehen raus an diesen legendären Kanal. Okay, okay, da werde ich das so, äh, notieren, ne? Also, das Paket kommt in drei, vier Werktage schon diese Woche. Aha. Mit den Kulierdiensten DHL. Äh, wenn das ankommt, dann zahlen Sie an die Tür direkt dem, äh, Lieferanten 220 Euro. Das sind sechs, äh, das sind zehn Parkungen. Das sind zehn, ja. Nachnamegebühren sind frei. Wenn Sie nicht zu Hause sein sollten, da werden Sie informiert. In diesem Fall, Sie holen das Paket von der Post ab, bezahlen Sie dann direkt bei der Post 220 Euro. Ne, ne, dann, äh, muss ich schon gucken, dass ich zu Hause bin, weil, weil, das, ähm, ähm, das Poststation, das ist hier im Roten Herzen in Emskirchen, das ist so eine schaurige Pizzabude, das ist mir ein bisschen unheimlich. Da will ich nicht reingehen, weil es dann riechen die Pakete immer nach Schinken. Aha. Das ist nicht gut. Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Also, dann, äh... Weißt du, ich habe so, ähm, so Paketpostkasten. Machen die das da rein? Aber wahrscheinlich nicht, ne, weil ich habe es dann hier nicht bezahlt. Genau. Ah, schade. Sie können, äh, das, äh, wenn Sie wollen, da haben Sie auch die Möglichkeit, das online im Voraus, bei Paypal, Visa oder Mastercard zu bezahlen. Ah, ne, dann steht da irgendwas mit Erektion und aktiv und so, das möchte ich nicht. Ich bezahle das bei der Post selber, ist kein Problem. Okay, okay. Dann kommt das, ja, äh, schon diese Woche. Äh, dann kriegen Sie 10 Dosen, also 10 Pakungen, 220 Euro. Also, bitte bereiten, wo per Nachnamen. Das ist doch geil. Muss ich das passend haben oder kann der wechseln? Müssen Sie passend haben oder kann das dann wechseln? Was meinen Sie damit? Mh, 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 naja, brauche ich, äh, das Kleingeld oder hat der Wechselgeld dabei, der Kollege? Also, es wäre wünschend, wenn Sie schon 220 Euro haben. Also, ich kann nicht genau sagen. Ja, ich kriege das auf jeden Fall hin. Weißt du, ich muss die Tage noch, ich habe jetzt das ganze Jahr die Hälter, die haben mir immer an Flaschen aufs Grundstück geschmissen. Ich habe so einen, einen Container bestellt, da will ich die alle zum, äh, zum Rewe Zwingel bringen. Und dann, ähm, gebe ich dem Postmann die ganzen Pfandbonds mit. Da kann der das selber, selber einlösen, so wie der das braucht, so stückchenweise, ne? Mhm. Weil ich zahle die Steuern ja in Amerika und dann ist ja, ist einfacher, wenn du das so machst. Okay, also ich da mache eine Notiz, dann, äh, wenn Sie schon, ja, 220 Euro knapp haben, das ist doch besser. Aber wenn Sie das Paket von der Post abholen, ja, da können Sie auch bei der Post bei Karte bezahlen. Ne, ne, ich will ja nicht, dass das bei mir auf der Karte steht, das soll ja so, so anonym bleiben, verstehst du? Also, wenn Sie das per Karte bezahlen bei der Post, da steht das, sie haben das, äh, sie haben das für das Paket bezahlt, nicht? Also sozusagen, da steht kein Name von Produkt. Ach so, ist gut, okay, gut. Und dann kannst du ja nochmal überlegen, weißt du, ich habe so einen YouTube-Kanal, wenn ich so Videos mache von eurem Produkt, ob ihr mir gute, gute Deal machen könnt, nochmal. Okay, okay, dann machen wir dann so, Sie, also, probieren Sie das jetzt aus, ich melde mich bei Ihnen auf jeden Fall in einige Zeit, um zu wissen, ob alles in Ordnung ist. Ach klar. Dann können wir nochmal drüber sprechen. Ja, da können wir so Produktplacement machen, verstehst du, Kollege? Du gibst mir irgendwie noch ein bisschen, das ist doch keine Ahnung, ob ihr so irgendwie so Ziegenhaare oder sowas habt und dann mache ich ein gutes Video für euch. Aber ich brauche halt eine Rechnung dann, aber ist kein Problem, oder? Das ist kein Problem. Und weißt du was, was auch richtig gut hilft, im Gegensatz zu eurem Quatsch, jetzt nicht unbedingt zum Vögeln, aber wenn man wach werden will, ist Holy Energy richtig geil. Soll ich dir Promo-Code geben? Okay. Habe ich Sie verstanden? Ich nehme das als Nein, aber ist okay, ich will es ja keinem aufzwingen, ne? Aufzwingeln. Rewe Zwingel, hast du verstanden? Ja. Das ist doch geil, da hockt der Oger in der Backstube, ne? Gut, inzwischen nicht mehr, aber ich wette, das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ne? Okay. Gut, dann vielen Dank, Kollege, ne? Ich bedanke mich auch, wünschen beste Ergebnisse, das schicke ich in den Altschauer Burg Nummer 8 in Emskirchen, Bayern, an Ihrem Namen, 10 Dosen, 220 Euro. Bester Mann. Was kostet Versand? Versand ist frei. Ah, noch besser. Das bezahlt Firma, ha? Genau, das bezahlt. Sie bezahlen nur 220 Euro. Das ist doch geschenkt, Alter, für so ein paar Pflanzen mit nutzlosen Wirkstoffen. Freut mich, danke. Okay, ich bedanke mich auch und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Die wünsche ich dir auch, ne? Medal of. Okay. Dankeschön. Danke, ciao, Kollege, ciao, ciao. Was für ein Gesindel, wenn sie hier so seine Seite, ich würde es ja gerne als Thumbnail nehmen, aber nein, da ist 100 pro das Video weg. Mit den Reviews musste ich auch aufpassen, was ich lese, sonst, aber halt wirklich so, nein. Ohne Angst vor Schande, ohne Minderwertigkeitskomplexe, ohne Schuldgefühle und Verzweiflungen, also, du siehst so richtig, das ist einmal irgend so ein Base-Template und die Inhalte haben sie, haben sie irgendwelchen Schafen gegeben, damit die das bei Google Übersetzer reintippen und dann haben die das so übernommen, also. Jeder, der eigentlich drei Gehirnzellen hat, sollte das verstehen, aber schön, dass sie dabei waren. Wir haben denen wieder viel Abzockzeit geklaut und es geht jetzt sicher wieder zwei, dreimal, ja, bitte nochmal zustellen, bitte nochmal zustellen und kostet die jedes Mal richtig schön Geld. Ne, von daher, vielen Dank, Freunde. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020